hallo zusammen herzlich willkommen zurück zu einem weiteren video wie ihr sehen könnt macht corsair mittlerweile auch notebooks nachdem sie vor kurzem auch in das monitor business ein bisschen eingestiegen sind und da muss man sich natürlich fragen braucht es einen weiteren hersteller am notebook markt wahrscheinlich kann man das direkt beantworten mit nein allerdings muss ich auch sagen dass corsair hier einige sachen dafür dass das erste produkt ist besser macht als viele in der konkurrenz es gibt aber auch noch einige punkte die mir schon aufgefallen sind wo corsair definitiv noch nachholbedarf hat das schauen wir uns im heutigen video an zum starten eine ganz kurze übersicht zu den specs wir haben ein komplett amd basiertes notebook egal welche konfiguration habt ihr immer die rx 6800 m drin als grafikeinheit und ihr könnt wählen quasi zwischen dem ryzen 7 6800 hs und einem ryzen 9 6900 hs man muss aber auch dazu sagen dass beide cpus sich quasi null unterscheiden die unterscheiden sich minimal in der taktraten und auch die igpu in den cpus unterscheiden sich um maximal zehn prozent taktraten also fast identische konfigurationen die beiden versionen die es gibt unterscheiden sich dann hauptsächlich in ein terabyte versus zwei terabyte ssd größe und 16 versus 32 gigabyte beim ram wir werden das teil natürlich gleich auch mal aufmachen um uns anzuschauen wie das aufgebaut ist intern was man da vielleicht wechseln kann was vielleicht nicht wie die kühlung gemacht ist weil er wird geworben mit vapor chamber cooling ob das jetzt so speziell das weiß ich nicht wir haben definitiv bei einem razer notebook das auch schon mal gesehen dass die komplette kühlung mit einer riesen vapor chamber gemacht war da bin ich sehr gespannt was da zu finden ist ansonsten was ich persönlich als sehr sehr gutes feature erachte ist das slipstream wireless integration das hört sich erstmal nach so einem marketing term an was es natürlich auch ist aber wenn ihr natürlich auch andere cause geräte habt wie zum beispiel so ein virtuoso se headset dann könnt ihr das direkt mit dem notebook verbinden ohne dass ihr weitere zusatzgeräte braucht also so ein usb dongle oder sowas braucht ihr dann nicht sondern könnt es direkt damit verbinden das finde ich sehr sehr gut gemacht und das macht es für viele geräte natürlich dann auch sehr angenehm wenn man sowieso schon so ein bisschen in der corsair bubble drin ist das ist aus meiner sicht auch der einzige grund warum man dieses gerät wahrscheinlich kaufen würde und da kommen jetzt direkt schon mal zu ein paar benchmarks und auch zu dem preis leistungspunkt auch wenn es schon ein bisschen zwar ein fazit thema ist aber damit starten wir auch wir werden jetzt das voyager a1600 vergleichen mit einem strix also einem asus notebook g15 advantage edition das kostet nämlich 1000 euro circa weniger obwohl die performance technisch fast auf dem gleichen level sind das asus notebook hat auch 6800 m drin hat allerdings einen 5900 hx also eine generation ältere amd cpu wobei das dann nicht so wirklich älter ist weil die architektur ja eigentlich identisch ist wir haben dafür nur ddr4 statt ddr5 rahmen wir haben nur die hälfte menge an arbeitsspeicher ansonsten unterscheiden die sich nicht wirklich und das sieht man jetzt auch ganz deutlich wenn wir uns die benchmarks anschauen wir starten ganz kurz mit dem cinebench r20 da sieht man schon dass der 6900 hs eine sehr sehr schnelle cpu ist er ist deutlich schneller als ein ryzen 7 3700x also eine desktop cpu allerdings wenn ihr seht jetzt verglichen mit dem 5900 hx eigentlich nicht wirklich besser im benchmark schon aber nichts was man tatsächlich so fühlen kann und weitere gaming benchmarks in assassin's creed valhalla alles in 1440p immer also wqhd und die maximale detailstufe da seht ihr corse voyager ist hier minimal schneller 1 2 fps wenn wir zu battlefield 20 42 wechseln sind wir hier auch wieder bei einem fps sowohl durchschnitts als auch minimum schneller und in pubg sind hier hier circa sagen wir mal zehn prozent unterschied acht prozent unterschied hier kann die cpu die stärke ausspielen auch dass das schneller ram ist aber ansonsten sage ich das euch ist es subjektiv nicht wahrnehmbar ob dieses gerät schneller ist oder asus notebook was über 1000 euro günstiger ist und bei einem aufpreis von über 1000 euro mehr muss man sich an dieser stelle natürlich erstmal fragen macht es jetzt überhaupt sinn da irgendwie weiter zu testen gibt es irgendwas was das rechtfertigen kann und wenn man das im großen und ganzen betrachtet gibt es definitiv ein paar sachen die sehr interessant sind angefangen ist mal vom display wir haben ein 2560 x 1600 pixel display also ein 16 zu 10 das ist schon mal ein bisschen spezieller im desktop segment gibt es eigentlich gar nicht mehr da ist es eigentlich schon vor jahren ausgestorben im notebook segment kommt es immer wieder finde ich auch gut weil man einfach mehr höhe hat mit der man arbeiten kann ansonsten hat das display 100 prozent srgb was definitiv für leute die videoschnitt oder foto bearbeitung machen wollen mit so einem ding auch interessant sein wird weil target für dieses teil ist eben nicht nur pur gaming sondern auch streaming das sieht man dann auch an der stream deck integration und das muss ich sagen finde ich an diesem teil unfassbar gut gemacht also wir haben über der tastatur diese zehn sonder makro tasten und die können frei konfiguriert werden das heißt stream deck das kennen sehr sehr viele von euch da kann man ja schon frei konfigurieren keine ahnung ihr wollt sehen wechsel machen in obs wollt eine kamera einstellung ändern oder einfach nur ein programm öffnen zum beispiel habe ich mir hardware info auf eine taste gelegt kann ich bei jedes mal wenn ich das notebook starte und ich brauche das für meine benchmarks ich drücke drauf startet einfach mega gut gemacht die integration das display hat auch 240 hertz bevor ich das vergesse natürlich auch sehr sehr wichtig während des tests ist mir übrigens mehrfach aufgefallen dass die makro tasten plötzlich nicht mehr richtig funktionieren also zum beispiel in diesem fall war es so wenn ich die s1 taste drücke was normalerweise zum anzeigen der makro bar verwendet wird dann wird plötzlich einfach der bildschirm dunkler und nach anfänglicher verwirrung wurde mir dann irgendwann klar dass das passiert wenn iq nicht mehr im hintergrund geöffnet ist und das ist passiert egal ob man aus dem standby kam im batteriebetrieb oder aus dem standby im netzteilbetrieb einfach aus dem standby raus iq oft gecrasht habe ich aber schon an corsa weitergegeben und corsa arbeitet dran und noch ein weiteres komisches problem hatte ich mit der windows key lock funktion also dass es diese zusatztaste die man hat um die windows taste zu sperren und wenn ich die quasi gesperrt beziehungsweise deaktiviert hatte dann war es nicht mehr möglich wenn man die task leiste geöffnet hat dort in der suche etwas einzugeben wenn man dann zb icue eintippen wollte für iq um es zu finden um es zu starten dann ist er komplett ausgeflippt und hat sich gedacht ich öffne jetzt mal explorer oder andere programme zwischen den makro tasten gibt es dann noch dieses kleine display hier bei dem ich mir noch nicht ganz so sicher bin ob ich das cool finde oder irgendwie auch so ein bisschen useless ich finde es cool wenn man sich hier den akkustand zum beispiel anzeigen lässt oder vielleicht die uhrzeit und hier gibt es noch die cpu auslastung dieses kleine display kann man jetzt hier über corsair iq über diese s key macro bar einstellung hier bei bildschirmeinrichtung frei konfigurieren so semi frei konfigurieren weil das ist auch so ein bisschen mein problem damit das kapiere ich ehrlich gesagt nicht so ganz also ihr habt ihr eben battery level dann könnt ihr hier die uhrzeit machen dann habt ihr hier die cpu auslastung dann könnt ihr noch weitere bildschirme einrichten wie ich das jetzt hier gemacht habe den bildschirm 4 kann wahrscheinlich auch wieder löschen weil der ist eigentlich ziemlich useless das ist nämlich so ein bisschen das problem denn mehr als das könnt ihr gar nicht machen wenn ihr nämlich sagt ich möchte irgendwie noch mehr systeminformationen einblenden wie zum beispiel die cpu auslastung man geht hier auf systeminformationen dann sieht man dass es hier nur die uhr und die cpu auslastung gibt es gibt nichts weiteres kapiere ich nicht es könnte ja alles mögliche geben von cpu temperatur cpu taktraten ram auslastung alles was man eben mit so einem tool eigentlich monitoren kann alles fehlt warum fehlt es wo ich mir nicht so ganz sicher bin wozu es das teil eigentlich gibt zumindest in der größe ist das touchpad da könnt ihr mich gerne mal erleuchten in den kommentaren warum zum teufel man ein 15 x 10 großes touchpad braucht es gibt hier die funktion dass man das komplett deaktivieren kann also hier über das tippen wenn das dann so leuchtet dann ist das komplett aus kann man nichts mehr machen hier rechts wenn man hier tippt dann ist nur so ein linker bereich an das problem dass ich so ein bisschen damit habe ist dass man nicht weiß wo dieser bereich aufhört das ist einfach ganz komisch also ihr seht das wenn ich dann hier rüber gehe ich versuche das mal so darzustellen das heißt ich gehe hier rüber und plötzlich hört die maus auf man hat aber gar kein gesagt mal haptisches feedback wann das hier aufhört das heißt man bewegt die maus und plötzlich hört es auf dann muss man wieder sein finger resetten dieses halb ausschalte feature ist ganz weird also wenn hier so eine markierung quasi drauf wäre die man erfüllen könnte mit dem finger dann wüsste man okay hier kommt die grenze ich gehe nicht weiter aber ansonsten dieses halb ausschalten ganz komisch weil es eben nicht halb ist sondern irgendwie so zwei drittel oder sowas ich habe keine ahnung was davon halten soll auf dem voyager ist eine software die heißt corsair diagnostics die ist einerseits interessant weil sie einen relativ interessanten überblick über das gerät gibt zum beispiel auch bei system info seht ihr alles mögliche was verbaut ist weil sie das vielleicht vergessen habt nachdem ihr es gerade bestellt habt aber ansonsten hat mich zum beispiel überrascht dass hier eine samsung ssd verbaut ist das ist zwar ein sehr gutes teil das ist eine pm9a1 pc express 4.0 ssd sehr sehr schnell sehr zuverlässig also gibt es gar nichts dagegen zu sagen mich hat es nur ehrlich gesagt gewundert dass in einem corsair notebook keine corsair ssd verbaut ist hier links gibt es oben diverse möglichkeiten funktionen zum beispiel ein rapid stress test checkup also um zu checken passt mit meinem system alles oder nicht und hier machen wir jetzt mal einen test und dann zeige ich euch dass es hier viele sachen gibt die definitiv nicht passen und zwar nicht am gerät sondern am test ich habe jetzt gerade mal den test hier angeschmissen und der startet jetzt quasi alles parallel wenn man sich jetzt mal hardware info währenddessen anschaut dann ist schon mal relativ interessant zu sehen weil er testet ja hier laut eigenen angaben wenn man hier links schaut gpu video memory test dann ist es allerdings so wenn man hier mal runter scrollt dass die 6800 m nichts macht ihr seht es ausgegraut die ist inaktiv die ist nicht aktiv das heißt das corsair eigene tool testet die igpu in der cpu das sieht man auch hier die ist ein bisschen unterlast da frage ich mich was mir das bringen soll also ist mir nicht so ganz klar weil eigentlich könnte man das natürlich nacheinander machen das heißt man testet vielleicht erst die igpu und danach die dedicated gpu aber die 6800 m ich habe es auch mehrfach durchlaufen lassen die wird überhaupt nicht getestet da passiert einfach gar nichts interessant ist auch der storage drive test der dauert erstmal sehr sehr lange also ist immer noch bei null prozent gerade aber wir können ja auch hier die lese und schreibgeschwindigkeit der ssd auslesen das heißt wenn wir da mal hinscrollen und einfach mal schauen so was macht eigentlich unsere tolle samsung ssd sieht man erstmal dass die sehr kühl ist das ist auf jeden fall sehr gut das heißt wir haben hier maximal 45 grad celsius gesehen alles tipptopp aber auch während dieses storage drive tests hier passiert nichts das maximale was ich gelesen was ich gesehen hatte gestern waren 270 mb pro sekunde lesend peak was der test macht seht man jetzt bei 42 prozent hier passiert einfach gar nichts also wie soll denn die software merken ob die ssd nicht funktioniert wenn das an der ssd einfach nichts macht nach dem test sehen wir lief genau fünf minuten sehen wir auch habe info war die ganze zeit offen es lief acht minuten und wenn wir uns die ergebnisse anschauen da sagte alles tipptopp er listet sogar hier extra die 6800 m getrennt von der igpu auch wenn die nie getestet wurde gleich ist eigentlich zur ssd und um zu zeigen dass es eben nur an der software liegt von corsair und eben nicht an der ssd und die top performt einfach mal kurz crystal disk mark da sehen wir jetzt hier 6500 im lesen also tipptopp so wie es sein muss und man sieht eben auch dass hier alles hundertprozentig ausgelastet wird was mir am corsair voyager generell aber sehr sehr gut gefällt ist temperatur und lautstärke und das sage ich unter erschwerten bedingungen denn man kann sehen es ist schnucklig warm hier drin weil draußen aktuell immer 30 grad ich habe keine klimaanlage dementsprechend haben wir ziemlich genau das gleiche hier drin aber das ist auch immer ganz gut zu wissen weil was bringt das euch wenn ich das hier schön klimatisiert bei 20 grad test die meisten haben keine klimaanlage wenn es im sommer mal warm ist dann gehen die fps gleich runter und die gaming benchmarks der vorhin gesehen habt zum beispiel die waren auch unter diesen temperaturbedingungen vielleicht bei 29 grad aber auf jeden fall erschwert deswegen noch mal kurz ein blick in cinebench im ideal ist es generell so dass das teil eigentlich unhörbar ist also ich hatte es in allen testszenarien wenn ich einfach nur im windows bin bisschen was einstellt oder sowas hört man vom lifter gar nichts auch jetzt wenn man cinebench startet das ist schon bemerkenswert weil bei den meisten notebooks die man heutzutage hat ist es so ihr startet sowas multi-threading technisches was dann natürlich direkt die cpu auslastet ihr seht hier wir haben hier gute 55 watt package power hatten peak auch mal kurz 82 und da ist es definitiv so dass die meisten notebooks die man kennt dann echt sehr sehr schnell sehr sehr hoch heulen und hier ist es so selbst jetzt nach der zeit wo der benchmark halb durchgelaufen ist höre ich eigentlich noch gar nichts jetzt fängt der lüfter so ein bisschen an zu drehen aber es ist immer noch sehr sehr leise temperaturtechnisch seht ihr kratzen wir hier so an 80 grad celsius marke aber darauf noch mal hingewiesen wir haben hier in meinem raum 30 grad und dafür sind es wirklich sehr sehr gute ergebnisse und da wir natürlich wissen wollen wie die kühlung auch funktioniert in ihnen aufgebaut ist machen wir das ding jetzt mal auf die rückseite lässt sich ganz bequem über kreuzschrauben öffnen auf der innenseite der abdeckung sehen wir zwei wärmeleitpads denn wenn wir das mal wegnehmen dann sehen wir auch dass in diesen positionen ssds sein könnten wir haben hier die zwei terabyte variante das heißt hier sind zwei terabyte ssd und auch schön zu sehen wir haben noch einen zweiten slot das heißt wenn es irgendwann mal knapp werden sollte kann man hier ganz bequem eine zweite ssd einbauen und das wärmeleitpad dafür ist auch schon dabei der ram ist gesockelt also rein theoretisch könntet ihr auch die kleinere variante kaufen mit 16 gb ram und wenn ihr irgendwann mal mehr braucht easy selber mehr einbauen die ramm module sind 4800 megatransfers c40 ist ddr5 ist langsamer ddr5 das problem ist aktuell gibt es gar nichts schnelleres zu kaufen als das das ist natürlich auch so ein bisschen ein problem wenn man dann überlegt sich vielleicht die 16 gb variante zu kaufen günstig selber auf 32 zu upgraden weil man kann ja rein theoretisch die alten 16 verkaufen abnehmer dafür zu finden für ddr5s odem ist ein bisschen schwierig das sei natürlich erwähnt gekühlt wird das ganze notebook wie gesagt von einer riesigen vapor chamber und hier habe ich mich erst mal gefragt wieso die schrauben so benannt sind bis ich sie herausgebaut habe dann ist mir aufgefallen es gibt welche die gold sind es gibt einen die silber ist und eine die schwarz ist zumindest was die feder betrifft und falls man das ausbauen sollte und wieder einbauen sollte aus welchen gründen auch immer dann ist g für die schrauben mit einem mit einer goldenen feder hier b wahrscheinlich für black mit der schwarzen und die links unten mit s das war die silberne schraube hat vielleicht einen grund dass die unterschiedliche federkräfte haben ich weiß es nicht ganz genau auf jeden fall interessant habe ich so auch noch nicht gesehen so sieht die vapor chamber dann von unten aus ist relativ interessant also hauptsächlich der bereich von der cpu und der gpu sind aus kupfer das andere material war ich mir gar nicht so ganz sicher das sieht irgendwie nach kunststoff aus so ein bisschen aber es ist metall also wahrscheinlich alu sein oder irgendwie so ein zinkdruckguss oder sowas genau ich habe einen kratztest gemacht aber ich kann es nicht genau einordnen wir wissen auf jeden fall dass die kühlung gut funktioniert ist auch echt leicht sehr interessant wärmeleitpaste ist konventionell aufgetragen sehen wir auch hier bei der cpu gpu abdrücke wärmeleitpads alles sieht auf jeden fall normal und gut aus dann ziehen wir ein kurzes fazit zum corsair voyager a 1600 auf jeden fall ein gelungener einstieg in das notebook segment das muss man ganz klar sagen rein technisch betrachtet macht corsair hier eigentlich alles richtig sowohl von der hardware auswahl display keyboard also die tastatur tastatur layout ist wirklich top tastatur fühlt sich super an durch die tastenauswahl kann man wirklich nur sagen richtig gut gemacht paar kleine punkte kapiere ich nicht so ganz wie zum beispiel warum ist das touchpad so riesig wie gesagt gibt mir da gerne mehr feedback und natürlich hat corsair sehr gut alles andere was sie schon haben integriert sei das jetzt die möglichkeit über die slipstream technologie zum beispiel ein headset zu verbinden oder eine maus zu verbinden auch iq hat so natürlich wieder seinen weg in das corsair produkt gefunden was gut ist aber gleichzeitig auch schlecht das hauptoptimierungspotenzial was ich bei diesem gerät sehe ist alles was software betrifft ich weiß nicht warum iq hat bei mir immer ein problem wenn man aus dem standby modus rauskommt ist egal ob es im netzbetrieb ist oder im akkubetrieb dass dann iq gerne mal crasht dass auch die elgato software crasht und dann funktionieren diese keys nicht mehr dann habt ihr auch ein problem wenn zum beispiel hier dieses windows lock aktiv ist und ich habe keine ahnung warum das der fall ist wenn windows lock aktiv ist dann kann man zum beispiel nichts mehr in die suche von der taskleiste eingeben was bei mir bei meiner normalen corsair tastatur an meinem desktop pc problemlos funktioniert windows lock an also dass die windows taste nicht funktioniert kann ich trotzdem in die suchleiste alles eintippen warum das hier der fall ist kann ich nicht sagen aber das sind alles aus meiner sicht dinge die software technisch optimiert werden müssen sowohl bei iq definitiv nachholbedarf dass es auch für zu crashen und auch dass die corsair diagnostics software so gemacht wird dass er auch tatsächlich was diagnostizieren kann denn aktuell ist es so sagt halt immer passt ich weiß gar nicht was passieren soll wenn da irgendwas nicht funktioniert also ich kann mir auch nicht ein wirkliches szenario vorstellen wo dieses tool sagt so hier passiert irgendwas nicht also da sollte mehr informationsgehalt drin stecken was macht der test was ist das tatsächliche ergebnis anstatt von pass zu sagen vielleicht auch einen numerischen wert angeben zu sagen wie schnell war der test was ist der wert wo sollte er liegen also da ist definitiv nachholbedarf was ich nicht gut finde ist dass es keinen vollwertigen lan anschluss an dem teil gibt es gibt durchaus notebooks die in dieser größenordnung sind auch in der höhe die definitiv einen vollen lan anschluss bieten gerade wenn man hier den fokus auf dem streaming gerät legt finde ich ein lan anschluss ist absolut pflicht das ist wirklich ein hauptfeature wo ich nicht kapiere warum das fehlt ddr5 ist ein thema da könnte man drüber sprechen hat natürlich auch mit der cpu auswahl zu tun ist gut weil es vielleicht die aktuellste technologie ist aber gleichzeitig bringt auch nicht so viel weil es letztendlich immer noch lahme sticks sind zum aktuellen zeitpunkt es wird sicherlich mal es wird sicherlich der zeitpunkt kommen wo wir 5200er c36 c38 sticks irgendwie mal sehen werden aktuell habt ihr durch ddr5 nicht wirklich einen vorteil in diesem gerät gegenüber einem gerät mit ddr4 das muss man auch ganz klar sagen ansonsten verarbeitungstechnisch absoluter traum also die ganzen materialien wie es anfühlt die oberflächen die tastatur die lautsprecher wie die keys gemacht sind also diese makro keys alles tipptopp kann man absolut nicht meckern bis auf den preis und das ist natürlich das killer argument wo man sich wirklich fragen muss gebe ich über 1000 euro mehr aus um die gleiche leistung zu bekommen wie bei einem gerät das in die 1700 1800 euro kostet und da muss man halt dann einfach für sich selber überlegen was will ich haben wie soll es aussehen wie soll sich anfühlen was für technische features soll es haben aus meiner sicht spielt das korse gerät aber schon sehr 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 weit oben mit also braucht sich vor der konkurrenz überhaupt nicht verstecken wirklich sehr gut gemacht wenn man die paar kleinen sachen noch optimiert software und sowas aus meiner sicht gut gemacht course damit bedanke ich mich fürs zuschauen macht's gut bis dahin